HHM 31 Mädchen ohne Hände Da hat einmal ein Müller aus Versehen mehr oder weniger dem Teufel seine Tochter versprochen. Und als der Teufel kommt und sie holt, hatte sie sich aber ganz sauber gewaschen und um sich selber einen Kreidekreis gemacht. So konnte der Teufel nicht an sie heran. Da sagt der Teufel zum Vater, hau ihr die Hände ab, damit sie sich nicht mehr waschen kann. Und wenn du es nicht tust, dann hole ich dich. Da hat der Vater der Tochter erzählt, was sei, und sie hat gesagt, tu, was du musst. So hat er ihr denn die Hände abgehackt. Sie hat aber auf die Stümpfe geweint. Da konnte der Teufel nicht an sie heran. Das Mädchen wollte aber nun nicht mehr beim Vater bleiben. Bindet mir meine Hände auf den Rücken und lasst mich ziehen. Und zieht hinaus in die Welt. Als sie Hunger hat, kommt sie an einen Garten. Da schleicht sie sich hinein und schüttelt an dem Baum und nimmt mit ihren Zähnen die Birnen auf und schluckt sie. Da wurde sie aber erwischt. Das war nämlich der Garten des Königs. Sie sollte ins Gefängnis geworfen werden. Aber der Prinz hat das junge Mädchen gesehen und sie hat ihm gedauert. Und er sagt, sie kann doch die Gänse hüten. Und oft hat er ihr dabei zugesehen und hat sich in das Mädchen, in die junge Frau verliebt. Als es nun ans Heiraten ging, sagte der junge Prinz zu seinem Vater, die oder keine war es. Ein Mädchen ohne Hände, aber er blieb dabei. Als der König starb, wurde er König und sie, die Frau Königin. Und sie lebten glücklich miteinander. Bis eines Tages. Da musste der König nämlich in den Krieg ziehen. Und sie war schwanger und während der König fort war im Krieg, da hat sie ein Kindchen bekommen. Man hat dem König die Nachricht gebracht, er hätte einen Sohn bekommen. Der Teufel aber, der immer noch ein Recht auf die junge Frau zu haben meint, hat den Brief gefälscht. Und als er beim König angekommen ist, steht da drin, die Frau Königin hat ein Wechselball geboren. Er schreibt zur Antwort, versorgt Mutter und Kind wohl, bis ich zurück bin. Der Teufel hat es aber wieder vertauscht. Und da stand nun, verstoß die Frau. Ich will das Kind und sie nie wieder sehen. Da ließ sich die Frau Königin das Kind und ihre Hände auf den Rücken binden und macht sich auf den Weg. Da kam ein alter Mann in den Weg und sie bat ihn, nimm mir das Kind vom Rücken und leg es mir an die Brust, damit es trinken kann. Da sagte der alte Mann, geh dorthin zu dem Baum und umschling ihn fest mit deinen Stümpfen. Als sie das nun getan hat, da sind ihr ihre Hände wieder angewachsen. Bleib hier in diesem Haus. Ich versorge dich wohl, sagte der alte Mann. Und so blieb sie dort. Der Mann aber verschwand eines Tages und sagt, öffne nur jemandem, der dreimal in Gottes Namen darum bittet. Inzwischen hatte der König aber den Fehler gesehen und sich auf die Suche nach seiner Frau gemacht und nach seinem Kind und war just in diesen Wald geraten, zusammen mit einem Diener. Als sie an dieses Haus nun kamen, klopfte der Diener, lasst uns ein, es wird bald Nacht, wir wollen hier übernachten. Die junge Frau aber schwieg. Irgendwann ging der König hin und sah durchs Fenster und sah die junge Frau, ist die Frau Königin, wenn sie doch Hände hat, kann es sie aber nicht sein. In Gottes Namen, lass uns hinein, es ist eiskalt hier herauschen. In Gottes Namen, lass uns ein. Frau, in Gottes Namen, öffne uns, ich bin's, der König. Weil er es dreimal gesagt hat, tut sie die Türe auf. Und der kleine Junge, der es schon war, der springt zu seinem Vater, nimmt ihn an der Hand und bringt ihn zur Mutter. So groß war die Freude. Sie hatten ein langes und gutes Leben.